Musik Ein herzliches Grüß Gott, Hallo, wir beiden, wir sind die Schöns, wir sind zwei Brüder. Ich bin der Alexander Schön. Ich bin Andreas Schön und wir zwei, wir sind die Gastgeber hier im Petschwerk Hotel Alpenhof hier in Augsburg und das in der dritten Generation. Musik Man sagt immer, ein Hotel muss sein, als ob man sich wie zu Hause fühlt. Mein Zuhause ist mein Zuhause und wird nicht kopiert, das gibt es genau nur einmal. Was ich als Hotel oder als Hotelier durchaus aber schaffen kann, ist, dass man sich in einer fremden Umgebung, die nicht von mir selber geschaffen ist, wohlfühle, ein bisschen entschleunige und ein bisschen dem Alltag entspringen kann. Und das ist etwas, was wir versuchen hier zu kreieren. Wir versuchen das nicht nur, wir leben das. Dadurch kommen diese verschiedenen kleinen Ecken bei uns auch zustande. Das ist unser Ziel, dass wenn der Gast morgen hier bei uns im Alpenhof aufwacht, dass er genau weiß, er ist in Augsburg im Alpenhof. Musik Dadurch sind wir natürlich auch sehr speziell und sehr individuell. Man muss auch als Gast sehen, man muss das mögen. Wir haben viele von den Gästen sagen, wow, die kommen seit Jahren alle drei, vier Monate und finden immer was Neues. Das macht das gerade heraus. Manche sind noch überfordert, wenn die dann reinkommen. Die erwarten dann dieses Standard-Hotel, wie man es aus dem Katalog kennt. Und ja, das sind wir nicht und das möchten wir auch nicht sein. So, Pferdeich, wir sehen uns, wo? Im Alpenhof. So, Pferdeich. So, Pferdeich. So, Pferdeich. So, Pferdeich. So, Pferdeich. Untertitelung des ZDF, 2020